passend zu gestern geht es heute gleich weiter mit dem traktor und zwar habe ich natürlich auch ein werkzeug gebaut das man hinten an die kupplung anschließen kann das ist in diesem fall hier ein simpler schwader ich hole hier nochmal den traktor her und jetzt kann ich euch das ganze noch besser in aktion zeigen zuerst einmal nimmt man hier dieses teil ab dann kann man die achse hier hinten anschließen wo ich gestern auch zur demonstration diese eine technik achse angeschlossen habe dann kommt dieses teil zur sicherung obendrauf und jetzt ist das ganze auch wirklich stabil dran und kann auch nicht abfallen und wenn man jetzt mit dem traktor fährt kann man sehen wie sich das hier hinten alles bewegt jetzt das ganze noch mit etwas mehr geschwindigkeit dass man es noch ein wenig besser erkennen kann ja und hier nochmal das ganze von unten ein ganz simpler mechanismus mit ein paar übersetzungen